Hey Leute, Fotos bescheren uns Stunden der Nostalgie und Erinnerung an bessere Zeiten. Viel Spaß mit 8 Fotos, die man sich zweimal anschauen sollte. Flottes Höschen. Hier wieder etwas aus der Kategorie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde der Mann mit vollem Stolz einen Bikini tragen. In Wirklichkeit steht er aber nichtsahnend hinter einer sich bückenden Frau. Weiter mit Spiegelung. Man kennt das ja, keine Zeit und Lust ein Foto richtig einzuscannen. Einfach schnell zum Handy greifen und es abfotografieren. Blöd nur, wenn man das Foto nicht aus dem Rahmen nimmt und man sich selbst darin spiegelt. So war schon so manches konzentrierte Gesicht zu sehen. Viel lustiger ist es jedoch bei diesem Bild. Ein besonders schönes Exemplar einer Unterhose in strahlendstem Weiß. Verwechslungsgefahr. Mag es auf den ersten Blick einfach nur komisch aussehen, so ist es noch lustiger, wenn man erstmal versteht, wie die Realität aussah. Es ist nämlich nicht die brünette Dame auf der rechten, die dort getragen wird, sondern die blonde in der Mitte. Die Kleiderwahl und der Winkel spielen unseren Augen bloß einen verwirrenden Streich. Zwergenhochzeit. Dieses Foto macht den Anschein, als handele es sich um eine Hochzeit mit kleinwüchsigen Brautjungfern. Aber in Wirklichkeit war es nur eine kleine kreative Idee des Fotografen. Die Brautjungfern sitzen nämlich auf dem jeweiligen Bein ihrer normal großen Begleitung. Lustig sieht es auf den ersten Blick auf jeden Fall aus. Mutation. Da haben wir bei unserer Folge über Tiermutationen wohl dieses Exemplar übersehen. Wie konnten wir nur? Eine zweiköpfige Giraffe ist doch einfach nur der Wahnsinn. Tja, schade, dass diese nicht wirklich existiert. Zwei Giraffen aus dem richtigen Winkel abgelichtet. Da hat sich dieser Fotograf einen Spaß draus gemacht und uns alle übers Ohr gehauen. Falsche Körper. Dieses Foto ging nicht umsonst schon auf diversen Plattformen um die Welt. Es sieht einfach nur verdammt lustig aus und ist im perfekten Moment entstanden. Auch hier spielt die Kleiderwahl eine entscheidende Rolle und lässt den Mann mit dem Körper der davor hockenden Frau verschmelzen. Bei längerem Hinsehen eine ganz alltägliche Situation. Aber für ein paar Sekunden. Echt lustig. Mimikry-Effekt. Leggings sind allgegenwärtig. Leider meist eher unvorteilhaft eingesetzt. Genauso wie bei diesem Foto. Moment, wo sind denn ihre Beine hin? Nein, diese Frau hat keine übermenschlichen Fähigkeiten, sondern einfach einen unmenschlichen Geschmack. Ihre Leoparden-Leggings verschmilzt mit dem Muster des Bodens und lässt es so aussehen, als wären ihre Beine komplett verschwunden. Hundemensch. Hunde sind die besten Freunde des Menschen. Doch muss es unbedingt so weit gehen, dass sogar schon Hybride existieren? Nein, bestimmt nicht. Aber dieses Foto beweist, es sähe verdammt witzig aus, wenn man einfach einen Hundekopf auf einen Menschenkörper pflanzen würde. Hm. Wir verabschieden uns dann mal ins Labor. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch mit euren Freunden oder wem auch immer. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt gesund. Und ciao.